Hallo Dominionfreunde, heute möchte ich euch eine Combo zeigen, die ich schon vor einiger Zeit mal auf Englisch vorgestellt habe, aber wie gesagt, das ist schon eine Weile her. Es geht um den Schweriner Dom, eine Promokarte, die vermutlich nicht jeder hat, aber wer sie hat, kann sie nutzen und die Wegkreuzung aus der Hinterlanderweiterung. Beides sehr billige Karten, die eine Karte entsorgt, die andere Karte zieht Karten mit Punktekarten in der Hand und wir wollen das nutzen mit dem Schweriner Dom, uns jedes Mal einen Zug vorbereiten. der mit Wegkreuzung das Deck ziehen kann. Dazu fangen wir an, zwei Schweriner Dome zu kaufen. Ich werde jetzt alle Karten erstmal ignorieren. Natürlich kann man eventuell andere Karten noch in die Combo einbauen, zum Beispiel ein Sammelsurium statt in Silber oder was weiß ich. Wir werden es aber simpel halten und fangen mit zwei Schweriner Domen an. Dann kaufen wir ein Silber, allerdings könnte man hier auch Wegkreuzung kaufen. Ich kaufe aber Silber, weil ich später vermutlich öfter zwei haben werde und dann die Wegkreuzung kaufen werde. Wir wollen in unserem Deck dann zwei Silber, ein Gold und ein Kupfer am Ende noch haben. Den Rest Punktekarten, Schweriner Dome und Wegkreuzungen und zwar genau zwei Dome und drei Wegkreuzungen. Wir legen jetzt so viel zur Seite, dass wir noch genau zwei haben, um uns eine Wegkreuzung zu kaufen. Wir können hier entsorgen, machen nochmal genau das gleiche. Kaufen die zweite Wegkreuzung. Können wieder entsorgen, jetzt haben wir hier schon mal drei Anwesen auf der Hand, das ist nett. Und haben den Dom gezogen, nicht schlecht, wir können die drei Anwesen zur Seite legen und ein Gold kaufen. Jetzt wieder einen Kupfer entsorgen, die Wegkreuzung spielen. Die zweite Wegkreuzung spielen, weil wir unbedingt den Dom haben wollen. Und machen mal einen Kupfer zur Seite, dass wir das auch sicher entsorgen können. Wir haben zwar schon acht, aber was heißt zwar schon, wir kaufen einfach die Provinz und das nächste Mal, wenn wir nicht auf Provinz kommen, kaufen wir uns die dritte Wegkreuzung, die uns noch fehlt. Aber solange wir auf Provinz kommen und unsere Sachen finden, ist das kein Problem, denn Punktekarten stören uns nicht allzu sehr. Gut, hier haben wir jetzt keine Wegkreuzung gefunden, das ist nicht weiter wild. Wir legen die drei Anwesen zur Seite und kaufen die dritte. Entsorgen wieder Kupfer, immer Kupfer entsorgen, wenn ihr könnt, bis ihr das letzte Kupfer habt, denn das brauchen wir ja, um acht zu haben. Erste Wegkreuzung, zweite Wegkreuzung und jetzt legen wir uns eine Wegkreuzung zurecht und zwei Anwesen, können auch eine Provinz sein, ist egal. Oh, wir haben noch kein zweites Silber gekauft gehabt. Das ist auch kein Problem, wir kaufen einfach Gold. Dann können wir das letzte Kupfer doch entsorgen. Wenn es so passiert, dass ihr noch bevor ihr das zweite Silber kauft, schon auf Gold gekommen seid, dann kann man natürlich auch zwei Gold, ein Silber haben im Deck. Halt so, dass man am Ende noch auf acht kommt. Gut, wir haben jetzt nicht die zweite Wegkreuzung gefunden, aber wir wissen, dass sie unten ist. Also legen wir uns drei Anwesen zurück, kaufen eine Provinz und jetzt sollten wir eigentlich jede Runde auf Provinz kommen können, relativ sicher. Wir haben keinen Kupfer auf der Hand gefunden, das letzte Kupfer ist ja auch hier, aber wir haben schon unser Deck gezogen. Wir legen das Kupfer mal zurück und wollen es dann entsorgen. Wir haben sogar den Weg des Maultiers, falls wir noch eine Münze brauchen, aber wie gesagt, ich wollte es ja ohne und wir haben ihn auch nicht gebraucht hier. Das war einfach nur aus Spaß. Jetzt können wir das letzte Kupfer entsorgen. Drei Wegkreuzungen auf der Hand, wir spielen zwei und packen wieder eine Wegkreuzung und zwei grüne Karten zurück. Und sollen, kommen so jede Runde wieder auf Provinz. Das Ganze noch mindestens zweimal. Nichts entsorgen. Wegkreuzung. Wegkreuzung sollte doch mal irgendwas schief gehen. Dann einfach wieder maximal mögliche Karten mit Schwerinerdum zur Seite legen und irgendeine von den Unterstützerkarten hier kaufen. Vielleicht eine Treibjagd oder einen Berater. Und Herzogtümer kann man auch genauso kaufen, falls der Gegner irgendwie doch schon schnell auf Punkte gekommen sein sollte. Das war nicht der Fall. Der Bot hat auch einige Provinzen gekauft. Ja, das ist die besagte Kombo. Wie gesagt, wir haben fünf Provinzen in 13 Zügen geschafft. Haben auch unsere drei Anwesen behalten nochmal drei Punkte. Der Gegner hat hier mit seiner Geldstrategie auch drei Provinzen gekauft in 14 Zügen. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr könnt die Kombo mal ausprobieren. Viel Spaß.